Annus Horribilis, das Schreckensjahr. So hat Königin Elisabeth II. in einer Rede das Jahr 1992 genannt, an das sie nur mit Grauen zurückdenkt. Damals gingen die Ehen von drei ihrer vier Kinder in die Brüche und ihr geliebtes Schloss Windsor brannte Lichterloh. Doch auch dieses Jahr hat es in sich. Und die Aussichten sind nicht rosig. 2021 könnte zu einem Schreckensjahr für die Royals werden. Denn besonders heikel dürfte das kommende Jahr für Prinz Andrew sein, den zweitältesten Sohn der Queen. Dem 60-Jährigen wird eine Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen Jeffrey Epstein vorgeworfen. Der US-Geschäftsmann soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Ghislaine Maxwell, eine gute Freundin von Prinz Andrew, zählte laut US-Staatsanwaltschaft zu Epsteins engsten Verbündeten und hat eine entscheidende Rolle bei dessen Machenschaften gespielt. Zu den Opfern gehört nach eigenen Angaben die US-Amerikanerin Virginia Jeffrey. Sie behauptet, als Minderjährige vor etwa 20 Jahren mehrmals zum Sex mit dem Prinzen gezwungen worden zu sein. Andrew, der der Lieblingssohn der Königin sein soll, bestreitet das vehement. Im Zuge des Skandals hat er aber alle öffentlichen Aufgaben für die Royals niedergelegt und lässt sich seit vielen Monaten kaum in der Öffentlichkeit blicken. Sein Image in Großbritannien ist ohnehin nicht gut. Die Presse hat ihn früher wegen seiner Affären häufig als Randy Andy, also geiler Andy, genannt. Mit den US-Ermittlern liegt der Prinz im Streit. Sie möchten ihn vernehmen, als Zeugen, nicht als Angeklagten. Doch angeblich ist er nicht zur Zusammenarbeit bereit. Richtig unangenehm könnte es aber ab kommenden Juli für den Royal werden. Dann soll der Prozess gegen Maxwell beginnen. Wird sie möglicherweise Andrew belasten? Andrew ist keineswegs das einzige Sorgenkind der Queen. Auch Enkel Harry und dessen Frau Meghan haben mit ihrer Loslösung vom Königshaus, dem Mexit, in diesem Jahr für Aufregung gesorgt. Das Paar wollte finanziell unabhängig sein und sich von seinen royalen Pflichten zurückziehen. Inzwischen leben die beiden mit Sohn Archie in Kalifornien. Dort erlitt Meghan im Sommer eine Fehlgeburt, wie sie kürzlich öffentlich machte. Erklärtes Hauptanliegen von Harry und Meghan ist es, sich sozial stark zu engagieren, zugleich ein aufwändiger Lebensstil. Wie finanzieren die beiden das? Die Ex-Schauspielerin und der Prinz haben unter anderem einen lukrativen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen. Sie wollen Dokumentationen, Spielfilme sowie Angebote für Kinder produzieren. Im kommenden Jahr will die Queen alle mit dem paar getroffenen Vereinbarungen auf den Prüfstand stellen. Dazu zählen auch der Verzicht auf die lukrative Marke Sussex Royal und die Anrede königliche Hoheit. Fraglich ist aber, wann im Monarchien angesichts der Pandemie die kleine Familie wiedersehen kann. Seit früher trennt die Corona-Krise die Royals in den USA und Großbritannien. Trotz aller Vorsicht infizierten sich Mitglieder der Königsfamilie mit dem Virus. Thronfolger Prinz Charles litt nur unter leichten Erkältungssymptomen. Schwerer hat es der Sun zufolge seinen 38-jährigen Sohn William im Frühjahr erwischt. Der Palast wollte das nicht kommentieren. Die Queen und Prinz Philip blieben gesund. Sie verbrachten viel Zeit gemeinsam auf Schloss Windsor in der Nähe von London, abgeschirmt von Corona-Gefahren. Wegen ihres hohen Alters gehören sie zur Hochrisikogruppe. Sollten 2021 nach Impfungen die Infektionszahlen in Großbritannien stark zurückgehen, dann wird Philip wohl wieder, wie gewohnt, fast das ganze Jahr auf der ruhigen Wood Farm unweit des Meeres in Ostengland leben. Dort malt er, liest und fährt sogar manchmal noch auf dem Kutschbock. Eine Party zumindest im Familienkreis dürfte im Sommer aber wohl anstehen. Am 10. Juni wird Prinz Philip 100 Jahre alt.